Also ich habe mich für das Ehrenamt entschieden, weil ich sehr, sehr gerne Dinge, die ich beigebracht bekommen habe von anderen Menschen oder die ich einfach lernen im Leben weitergeben möchte und dadurch auch bei anderen was anstoßen kann. Dass sie auch das Gefühl haben, dass sie was für die Gesellschaft tun und sich dadurch irgendwie, ja, das Gefühl haben, sie machen was. Mach mit, engagier dich, jeder Einsatz zählt. Bring dich ein für unsere gemeinsame Heimat Bayern. Amen.